Jetzt haben wir ihn. Zeigen. Was ist das für ein Pilz? Ein Steinpilz. Ein echter. Ein echter. Moment, ich gehe mal näher dran. Da ist er. So, pflückst du ihn oder pflückt man ihn? Ja, man pflückt ihn. Und man isst ihn. Man bereitet ihn zu und mit Genuss. Moment, jetzt muss ich ihn erst mal suchen. Wo ist er? Da ist er. Moment. So, da ist er. Wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Also Emil, hier ist ein Zauberwald. Echt. Super.